Hallo ihr Lieben, ich stehe hier vor dem Laden der bekannten Hamburger Modidesignerin Ella Deck. Zur Zeit bereitet Ella ihre Modenschau vor. Meine Aufgabe wird es sein, den Lauf der Schlauchstücktraining für die Models zu machen und natürlich laufe ich selber auch mit. Kommt mal mit, ich zeige euch mal, was in den Laden. Ihr dürft natürlich exklusiv hinter die Kulissen schauen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017